Musik Hey Mati, kann man direkt mitnehmen Den kann ich doch nicht nehmen Wie soll der Werther denn sonst das Petroleum umfüllen? Gar nicht, guck dir den Typen doch mal an Öliger Lappen Ja, Sigi Und ein ganz normaler Lappen Die fass ich nicht an, die stinken Wirst du mich nicht verarschen? Gerade nimmt er einen ganz öligen Und nimmt er einen normalen Ah, die stinken Eine elektrische Lampe Klar, Kerzen werden hier unten ja auch lebensgefährlich Logisch So, gibt's hier eigentlich noch was? Oh Schichtplan Das ist der Schichtplan für die Leuchtturmwärter Das Wetter scheint immer ungemütlicher zu werden Oh oh Demnächst ist da ein Riesenschumpen Ach, der Fenster wird wahrscheinlich wieder das gleiche So ein Sauwetter Ja So, wollen wir die Ist da wer? Boah, hat er mich Ich bin nicht drauf Ich will ja schließlich keinen Nerger mit dem Leuchtturmwärter bekommen Boah, hab ich mich erschrocken, ey Schluss, der Entschluss der Oma ist Ich will ja gerade zum Urrennen Ey, da Ja, schreit der da voll rum, Alter Moment So funktioniert das leider nicht Was meinst du? So Wenn du mir sagst, wie ich das machen soll? Ist das eigentlich schon ein Witz? Ein neues Rätsel Uh, wirst du, hä? Wie ein Mann mal in der dunklen Nacht hält sich über ihre Totenstille wacht Ein falsches Licht sie in ihren Schicksal trieb Ein scharfer Felsen sie zerrieb Gestohlen und geplündert ihre Fracht Hat die Gier der Menschen den Tod ihr gebracht Eine dunkle Nacht Hätt sie über ihre Stille wacht Okay Was denn das, ein Vogel, ne? Der Vogel scheint den Schnabel gern in den Wind zu halten Wow Voll wichtig Er versorgt den Leuchtturm mit Strom Eine verwitterte Steintreppe Wow Spiel ist so crazy, ey Aber eben Tim Burton Ah Ruinen Absperrung Gedenktafel Eine verwitterte alte Steintafel Von einer Inschrift kann ich allerdings nichts mehr erkennen Die Frau 100 Pro Die Frau, die in dem Rätsel erwähnt wurde Überall liegen Steinquader und Ziegelstein Da wurde wohl aus Sicherheitsgründen der Mauerbogen abgestützt Die Balken versperren jetzt allerdings den Weg nach unten zur Küste Das war früher wohl mal ein Torbogen Jetzt ist nicht mehr viel von ihm übrig Wieso wusste ich, dass du das versuchen würdest? Das ist nicht mehr als die Frau Es geht nicht mehr als die Frau Ein paar Felsbrocken. Scheint schon. Sicher. Die Reste eines alten Zaunes. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die hat auch nichts mehr zu sagen. Der Inspektor möchte im Augenblick nicht gestört werden. Was der will? Ah. Ah. Der Butler. Fangen wir den mal. Danke. Bitte, Sir. Danke, bitte, Sir. Audrey, die muss ja auch irgendwo noch sein. Der, der ist ja. Da ist mir auch nichts zu sagen. Bis später, Miss Everton. Auf Wiedersehen, Mr. Ice. Mr. Ice. Deswegen ist er auch gestorben. Was? Jetzt sind wir laut Everton. Die auf. Verschlossen. Audrey. Verschlossen. Audrey. Ja, Mutter. Wo bist du denn schon wieder? Wieder. Wenn du mir sagst, die. Keine Ahnung. Sag du es mir. Wenn du mir sagst, die. Vielleicht muss ich irgendwas in Brand stecken. Wenn man die Kohle entzündet. Guck mal, die Kohle entzünden. Wenn du mir sagst. Ach, den Stein noch nicht. Gehen wir noch mal auf den Dachboden. Wir sollten uns mal wirklich ernsthaft unterhalten. Mausefalle, Käse. Das kann ich nicht nehmen. Warum kannst du das nicht nehmen? Ja, das ist nicht nur. Ah, da kannst du dieses Schoen reinbauen. Ich muss sehen, ob die passt. Okay, und was bringt mir das jetzt? Meinst du wirklich? Warum eigentlich nicht? Ja. Jippa. Höher. Ganz crazy. Was hat die Sicherung denn jetzt gebracht? Moment, irgendwo für... War das die Sicherung doch gut? Hm. Hm, verschlossen. Höch. Von hier aus kann ich den Leuchtturm sehen. Kommt ich jetzt genauso wenig weiter wie in Tomb Raider oder was? Der... Das war auch 1923 schon. Hä? Bis dann, Sir. Bis dann, Sir. Huch. Ah, wie. Ach, warum wollte ich, dass du das genau tatsächlich suchen würdest. Ja, jetzt musst du mir nur noch sagen, wie ich... Sicher, in meiner Tasche. Genau, im Haltungskeller war ich ja auch. Ah, wieso? Ah, wieso? Verschlossen. Ich glaube... Das kann ich nicht. Das kann ich nicht. Cool, Schacht. Könntest du dir irgendwas reintun? Hier, alles reinwerfen. Da ist nur eine Mauer, der geht zum Innenhof. Verschlossen. 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 So. Nicht die Karte, nicht die Karte, nein. Doch, Moment. Was hat die Karte denn jetzt angezeigt? Also, vom Schloss geht zurück. Eingang zurück zu den Ruinen, alles cool. Klippen zum Leuchtturm oder... Steinbruch. Alles klar. Gucken wir uns mal das Rätsel an. Wie ein Mahnmal in dunkler Nacht hält sie über ihre Totenstille wacht. Ein falsches Licht sie in ihr Schicksal trieb, ein scharfer Felsen sie zerrieb. Gestohlen und geplündert ihrer Fracht hat die Gittermenschen den Tod ihr gebracht. Kann es sein, das könnte es ein Schiff sein, Mahnmal...